Herzlich Willkommen! In diesem Video bringe ich dir das Einmaleins der Trenderkennung bei. Und wir wollen gar nicht lange quatschen, es geht direkt los. Wir beginnen mit den Highs and Lows, also mit den Hochs und den Tiefs. Wir haben also einen Chart vor uns und wollen da jetzt erstmal ein bisschen Struktur reinbekommen. Das heißt, wir kennzeichnen uns als allererstes mal die Highs and Lows. Und wie sind die Hochs und Tiefs definiert? Ganz einfach. Bei einem Hoch haben wir erst einen steigenden Preis und danach einen fallenden Preis. Und das Hoch befindet sich genau zwischen diesen zwei Phasen. Bei den Tiefs ist es genau andersrum. Wir haben erst einen fallenden Preis und dann einen steigenden Preis. Und auch hier befindet sich das Tief genau zwischen diesen zwei Phasen. Das Ganze können wir jetzt mal hier exemplarisch machen. Wir haben jetzt hier einen Chart vor uns und wir erkennen hier unser erstes Hoch. Ein weiteres hier und hier. Danach springen wir auf die andere Seite und definieren unsere Tiefs. Dafür haben wir einmal hier ein Tief, hier ein Tief und ein drittes genau hier. Das heißt, wir haben jetzt unsere Hochs und Tiefs definiert und haben vielleicht schon mal eine vage Vermutung, in welche Richtung dieser Trend wohl gehen mag. Vielleicht ein Aufwärtstrend? Wer weiß. Wir schauen uns das Ganze erstmal was näher an, bevor wir jetzt voreilig Schlüsse ziehen wollen. Wir haben also jetzt unsere Hochs und Tiefs definiert und als nächstes definieren wir die Swings. Wie machen wir das? Ganz einfach. Wir verbinden unsere Hochs und unsere Tiefs. Et voilà, wir haben unsere Swings. Aber keine Angst, wir machen das jetzt mal gemeinsam. Wir beginnen also und verbinden unser erstes Hoch mit unserem ersten Tief, haben also unseren ersten Swing. Danach geht es genau so weiter und wir verbinden jeweils Tief mit Hoch und wieder mit Tief, wieder mit Hoch und wieder mit Tief. Das ist relativ simpel bis hierher, aber wir sehen, das Ganze ist schon sehr viel klarer. Und jetzt kann man auch schon mit einer sehr guten Wahrscheinlichkeit behaupten, dass das Ganze hier ein Aufwärtstrend ist. Was sind denn Kriterien für ein Aufwärtstrend? Natürlich die Higher Highs, also die höheren Hochs und die Higher Lows. Das heißt, wir definieren jetzt unsere Hochs und Tiefs um in sogenannte Higher Highs und Higher Lows. Charakteristika natürlich, wie der Name schon sagt, Higher High muss natürlich höher sein als das letzte Hoch und auch beim Higher Low muss das nächste Higher Low natürlich darüber liegen. Das Ganze schauen wir uns aber in den Regeln genauer an. Die Regeln. Hier bezogen auf den Uptrend. Wir haben also hier unsere Swings und jetzt kommt eine weitere Größe mit ins Spiel und zwar Break of Structure. Also wir brechen eine Struktur. Ich habe jetzt hier ganz einfach mal eine Linie gezogen bei unserem Higher High. Wo haben wir jetzt hier unseren Break of Structure? ganz klar an dieser Kerze. Wir haben diese Struktur gebrochen und darüber geschlossen. Das Geschlossen ist besonders wichtig. Das ist schon mal die erste Regel für einen Aufwärtstrend. Wir müssen das letzte Hoch brechen und darüber schließen. Also an diesem Punkt hier. Unsere nächste Struktur ist dann an unserem nächsten Higher High und auch hier brechen wir die Struktur und schließen darüber. Ein letztes Mal dann an dieser Stelle. Das ist schon mal die Regel 1. Das Ganze gilt natürlich dann auch für die Higher Lows. Wir haben hier unsere Struktur. Allerdings brauchen wir hier, ganz ganz wichtig, keinen Break of Structure. Wobei das so ein bisschen irreführend ist. Wir können sehr wohl diese Struktur brechen, dürfen aber nicht darunter schließen. Das ist so die Feinheit, wo wir darauf achten müssen. Das Ganze wird dir aber gleich klarer, wenn ich dir die Trendumkehr erkläre. Dann haben wir noch diese zwei Strukturen und auch hier wollen wir keine Break of Structure. Was heißt das jetzt praktisch? Wir wollen, dass wir diese Struktur mit diesem Swing hier nicht nach unten brechen und darunter schließen. Das heißt, hier haben wir jetzt noch ein ganz gutes Polster, aber es ist ja genauso gut möglich, dass wir hier mit dem Preis darunter schließen. Und das wollen wir eben nicht. Dazu aber mehr jetzt in der Trendumkehr. Wir haben hier immer noch unsere Struktur eingezeichnet und befinden uns jetzt gerade mit dem Preis hier oben. Was passiert jetzt? Der Preis fällt. Und hier haben wir jetzt genau die Situation, die ich gerade erklärt habe. Wir haben hier No Change of Trend, also keine Trendumkehr. Warum? Weil wir das Ganze zwar gebrochen haben, aber eben nicht darunter geschlossen. Das Ganze erkennt man hier an dem Wig. Erst mit dieser Kerze hier haben wir ein Change of Trend, das heißt eine Trendumkehr. Warum? Wir brechen unter diese Struktur, schließen darunter und dementsprechend ist dieser Aufwärtstrend nicht länger intakt. Anzeichen für diese Trendumkehr schon bevor das Ganze hier bricht, könnten zum Beispiel ein Double Top, eine Head & Shoulder, nein, nicht das Shampoo, oder ein Candlestick Pattern an dieser Stelle sein. Natürlich gibt es hier noch mehr Möglichkeiten wie überkauften RSI oder ähnliches, aber das Ganze eben ein Zeichen dafür, dass der Trend jetzt wechseln könnte, aber eben noch keine Bestätigung. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Video weiterhelfen und du bist jetzt ein Profi in der Trenderkennung. Falls du Fragen hast, einfach in die Kommentare, wir werden das Ganze für dich beantworten.